Ja hallo mit O liebe Nerdlinge, ich hoffe ihr habt Weihnachten gut überstanden, ist ja jetzt schon Tag nach den Feiertagen und deshalb habe ich eine neue Comic Vorstellung für euch, nämlich Adventure Huhn aus dem Avant Verlag und an dieser Stelle vielen Dank an den Verlag für das Rezensionsexemplar. I am Nerd Ja Adventure Huhn ist in diesem Jahr noch erschienen, ja so 2019, ich habe schon viel Gutes davon gehört und deswegen habe ich gedacht, schaust du da auch mal rein. Das Ganze ist geschrieben und gezeichnet von der Franziska Rufler und beim Avant Verlag erschienen, wie schon gesagt und es ist wirklich eine sehr erheiternde Geschichte, es ist so ein bisschen mehr cartooniger Style, ja also es ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem franco-belgischen Splitterband oder so, ist schon alles sehr viel einfacher gehalten, aber das tut der Sache auch gar keinen Abbruch. In dem Comic geht es um das Adventure Huhn bzw. Huhn, wie es auch genannt wird und die Raupe Susan und im Gegensatz zum Huhn hat nämlich Susan einen Namen und am Anfang sieht man, dass Susan sich in einem Kokon befindet und unbedingt ein Schmetterling werden möchte und leider wird sie durch das Huhn aus diesem Kokon befreit und regt sich darüber natürlich tierisch auf und der Huhn sagt, oh das tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen, da waren so viele Blätter am Baum und alles. Und naja, dann verspricht das Huhn der Raupe eben, komm wir besorgen Material für ein neues, für einen neuen Kokon und aber dafür musst du mit mir auf Abenteuer gehen und dann ziehen die beiden halt los, ne? Susan nur widerwillig, aber wirklich sehr lustig alles. Und dann treffen die beiden auf eine Prinzessin, ja also diese Prinzessin ist, heißt Molly und hat angeblich einen Massaker überlebt, ja, als letzte Überlebende und möchte nun ihr Recht zu regieren wiederbekommen, ja, denn ihr Land wurde überfallen, ja, und sie möchte noch ein paar Familienerbstücke haben und bittet natürlich das Huhn darum, ihr dabei zu helfen und weil Huhn einfach völlig naiv ist und überhaupt nicht merkt, was da los ist, ne, Susan versucht sie die ganze Zeit zu warnen und sagt, naja, das stimmt doch, was mit der Prinzessin nicht, ne, aber der Huhn sagt, ah, super, ne, wir müssen dir helfen, das ist alles ganz prima, ne, und dann ziehen die halt gemeinsam los, um, um dieser Prinzessin zu helfen und mehr möchte ich jetzt eigentlich von der Geschichte auch gar nicht erzählen, ne, aber das ist echt alles total süß gemacht, erinnert mich so streckenweise so ein bisschen an, an I Hate Fairyland, ne, wo ja, ähm, die Gerd auch einen Begleiter hat, ne, denn Larry, die alte Stubenpflege und, ähm, ja, Susan ist halt auch so ein bisschen so, hm, Vorsicht und grießgrämig, ne, und ich meine, ist ja auch verständlich, da sie ja auf ihrem Weg zum Schmetterling ein bisschen behindert wurde und, ähm, ja, Huhn ist einfach so, so herrlich, herrlich naiv, ne, also die, total blauäugig und stürmt direkt los, ne, ab ins Abenteuer, fragt überhaupt gar nicht, was da los ist und finde ich einfach nur, nur sehr witzig und lustig geschrieben, ja, da sind so einige Dialoge drin, wo du denkst so, ach Huhn, bist du blöde, ne, und, und schlägt dann auch jede Warnung aus und lässt auch mal Susan sitzen fürs, fürs Abenteuer, ne, besinnt sich dann aber natürlich irgendwann wieder auf die Freundschaft und, ähm, ja, großes Abenteuer und, ähm, das Ende ist nicht direkt offen, aber, äh, es bietet Raum für neue Abenteuer und ich glaube, dass da auch schon was in Arbeit ist, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, habe ich mal irgendwo gehört, ähm, wenn da was Neues kommt, werde ich dann natürlich auch, äh, drüber berichten, aber, ähm, erst mal kann ich euch äh, dieses Büchlein ans Herz legen, es ist ein bisschen einfacher als, ähm, die Comics, die ich sonst üblicherweise hier präsentiere, ja, ähm, ist halt so ein, so ein, so ein Ding für zwischendurch mal irgendwie, ne, so zur Belustigung, ihr wollt mal was Witziges lesen, dann ist Adventure Huhn eben genau das Richtige, wenn ihr so ganz leichte Literatur irgendwie braucht, ja, ohne viel Nachdenken, weil das macht Adventure Huhn nämlich auch nicht, ähm, ihr könnt diesen Band, der, oh, jetzt lasst mich mal nicht lügen, so knapp 90 Seiten hat, ähm, beim Avant Verlag Erstehen, ne, oder natürlich auch im Comichandel, kostet 16 Euro für dieses Softcover, Soft, kostet 16 Euro für dieses Softcover und, ähm, ja, hat seinen Zweck völlig erfüllt, ich hab an manchen Stellen wirklich herzlich gelacht, wirklich, äh, großartig und, ähm, ja, für was Lockeres zwischendurch auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wirklich. Ja, ansonsten, ähm, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ein bisschen neugierig auf den Comic gemacht, äh, lasst deshalb gerne einen Kommentar da, Abo natürlich nicht vergessen, Glocke anklicken, damit ihr auch immer über neue Videos benachrichtigt werdet, Daumen auch immer gerne gesehen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao!